Weil alle Fans immer fragen, ja, wir machen mal einen actiongeladenen Tag bei euch, wir kommen mal vorbei, dann machen wir uns scheiße, das wird so lustig. Nein, wird es nicht. Der Alltag bei Nostarafo ist langweilig. Wir sind gerade dabei, einen Clip für, wie ich gerade mal mit einem Freund, für Kanaltrailer zu... Ich versuche, Worte zu finden für diesen emotionalen Moment, für den Channeltrailer. Und wir warten jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde hier, bis mal Leute vorbeikommen. Also das ist jetzt schon... Das ist jetzt die größte Action, die wir hier erleben. Hier ist mein verstecktes Plätzchen neben Adam. Ihr könnt es selber lesen. Jo, das ist jetzt der actiongeladene Nostarafo-Alltag. Jo, ich hab dann den Trailer später dann am gesehen sein. Ja, das wird's gar nicht gut sein! Ich war's gar nicht so. Ich war's gar nicht so. Fall war's gar nicht so. Nee. Und dann war's ganz gut. Wir machen.